Und zwar mit Geilen Schädchen! Willkommen zurück zu einer Folge WormsClanWars, die ihr jetzt liken dürft. Mit dabei sind Jonathan, William Moritz-Appel, Chris und Peter! Hallo! Ich dachte schon, also bei Gelb hab ich mir gedacht, boah, uff, zwei unten links, der eine oben rechts steht auch eher so als mit der... Oh, scheiße, ich hab unten rechts zwei. Das gefällt mir nicht, oder? LOL! Aber gar nicht so schlecht. Ja, war ganz okay. Ich hab mich zwar selber getroffen, aber... Das gefühl mir nicht gut. Selbstgeschlung. Aber am Glück ist oben rechts die Insel. Das hat mir gerade gar nicht gefallen. Wann hast du denn aufgesammelt? Scheiße, war das ne... Das weiß ich nicht, war der aufgesammelt, aber er hat auf jeden Fall da unten rechts geguckt. War das ne Wachenkiste? Ne, das war ne Reparaturkiste. Ne, das war ne Werkzeugkiste, aber er hat, glaub ich, gesehen, dass da unten zwei nicht so günstig stehen. Oh, 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 oh mein Gott. Schieß mich nach links! Nein! Als aufbrückend ist Altercos Alter, was ne Rutschfahrt. Ohohooo, schweigen gehabt, ey. Das blöde ist, ich hab noch keinen Wurmwechsel. Ich kann den da nicht wegholen. Vielleicht ist seguridad gleich dran. Spül die nach unten in den Boden, die drei, die zwei. Spül die da jetzt nach rechts und da sind hoffentlich zwei Minen, die euch empfangen werden. Würde ich auch sagen. Oh no. Wie klingt man das gar nicht, was hier passiert? Oh no 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 no. Ah nice. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Ach die Scheiße. Oh. Oh. Feuer ist gesucht. Ah lecker lecker. Oh. Oh shit. What the fuck. Du hast mir den Wurm weggemacht. Ja, veränder. Das war saugutig zu, muss man sagen. Oh, ich glaube ja nicht gemacht. Außer einmal spitzig spritzig. Okay, dass der so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Das war stark von mir. What the fuck. Oh. Oh. Hat der jetzt mehr als 64 Schaden durch das Feuer? Nee. 63. Easy. Alter. Oh. Das wäre ja echt tabula rasa gewesen. Okay. Hey Jay, du musst dir jetzt einfach nur angucken. Das ist okay. Feuer war ein Pfeiler bei einer Artillerie. Du wirst jetzt anders landen. Mal wieder. Ja. Ja. Ja, was soll ich halt dauernd machen? Das ist halt... Das wäre aber... Das wäre... Das wäre... Das wäre krass. Aber ich glaube, die fliegt diesmal weiter. Ja. Oh. Oh. Oder auch nicht. Du hast schon mal für das nächste Mal ein Stück weggemacht. Scheiße! Ja, ich bin mir jetzt... Verkackt. Ey Peter, der hat nur noch ein Leben. Mach den weg. Ach Peter, mach den mal weg. Alter. Moment. Lass mich mal kurz überlegen. Wenn ich den jetzt rechts neben Jays beide links teleportiere, reicht die Explosion, um den da beide zu killen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber... Den könnte ich... Machen trotzdem. Den könnte ich... Ist jetzt da unten... Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Ne, ich will aber meinen Teleport auch nicht verschwenden. Alle Zeit der Welt. Ich... Alle Zeit der Welt. Ja, wann hast du jetzt... Da war der Peter, wenn du 30 Sekunden lang erst überlegst. Warum überlegst du dich vorher? Ja, weil der vorher keine Eins hatte. Der hat durch Wasserschaden hat er erst noch 5 Schaden. Ne, davor hatte er 6. Ja, 6 ist ein ganz anderes. Da hatte ich den ganzen Plan mir schon ausgefallen. Ach komm schon, du fette Wurst. Oh. Du nutzt den Esel. Oder Armageddon. Armageddon wäre gar nicht so bad. Ich hoffe, ich überlebt das. Ich würde das überlegen. Boah, starker Wurf. Warte. Weiter, weiter. Oh nein. Keine Kiste für dich, Peter. Ne. Das war stark. So jetzt im Nachhinein, während ich ein bisschen mehr denken kann, hätte ich besser auf den 150er oben rechts geworfen. Das sehe ich ganz genauso. Och, leg mich doch ab, Sack, Alter. Deine Kiste für Chris. Ich bin heute auch echt Mr. Kompetenz. Der hat sich bisher nur selber Schaden gemacht. Das stimmt. Abraham hat mich da oben erstaunlicherweise lehnen lassen. Wie soll ich dich da auch töten? Weiß ich auch nicht. Wie? Ja. Wie ist das so schwer? Wie, 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 sagen die auch mal. Wett mal kurz, ja. Du hast aber volle Kalorien. Frag an. Das war gut. Das fand ich mega. Das war ein 10 von 10 Schuss. Der war stark, ey. Danke, Jay. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Schön, dass du Bram zwei neue Scheitel verpasst hast. Das war schon ein guter Schuss. War schön. Wer ist dran? Jay wollte nur die Goldkiste unten rechts haben, der Schlabiner. Das war gut, ey. Oh, das könnte... Sorry. Nooo! Aua. Ja, komm, ist jetzt gut. Jetzt bin ich doch nur unter Wasser. War du selber auch. War du selber auch? Was war das? Wie, du selber nicht? Doch, ich glaube ich auch. Na, komm. Na, ich finde auch ganz klar, der 150er nicht unter Wasser steht. Scheiße, ey. Das war ja eigentlich... Also, es war ja... Die Attacke auf meinen 75er war ja halt einfach nur ein Trick da mit Bram, den ich mit dem Baseballschläger ins Wasser haut. Ich verstehe das. Ich fühle das. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Wolltest du da dran, ja. Ja. Ach, scheiße. Drei, zwei, hopp. Peng! Boah! Einmal eingeloggt. Einmal Boost. Ich stehe schon wieder unter Wasser. Ich habe nicht mal die Münzen eingesammelt. Wer ist das denn jetzt? Bram. Bram haben wir jetzt. Oh, das macht jetzt mächtig Bada Boom. Ne, doch nicht. Der eine... Der eine kriegt keinen Schaden. Doch, vielleicht schon. Vielleicht ist der ein Gesundheitskreis... Ne. Ich wollte auch, dass der eigentlich, dass die Granate links neben dem liegen bleibt, damit der noch nach rechts rüber kommt. Aber das war alles nix. Das war alles nix, Bram. Das war alles Taktik. Jill wollte schon nur da runter kommen, die Waffelkiste holen. Ja. Ich hole jetzt dann einen Esel raus oder einen Armageddon. Ach, schauen wir nicht. Wär jetzt schon interessant, wenn du da hochkommst. Ja. Wenn da ist, wenn du ja jetzt... Ich wollte gerade sagen. Also ich bin da immer gegen gehüpft. Das ist alles richtig belastend. Okay. Oh, der haut dagegen. Mann! Das ist alles scheiße! Läuft bei uns hier heute. Kompetentia ist wieder... Ach, Mann! Jeder kriegt ne Waffenkiste. Guck mal an. Der wird doch nur gefiedelt. Ist so. Das würde ich nicht sagen sein. Moment. Du musst jetzt mal was ausprobieren. Springen! Was kommt denn jetzt? Du kommst niemals... Ach so. Ich wollte nur so ein bisschen was da runter schicken. Ich darf jetzt ja noch was machen. Null. Dann kann er das halt noch was machen. Okay, danke. Fenster schießen. Ja, sehr gut, Peter. Die 75 lebt still live. Ja, hätte ja klappen können. Easy snack. Jawoll. T2-1 oder unten? Das werden gleich so Teleport-Zerstörer werden. Ja, wollte ich ja vorhin schon, aber ich war mir unsicher. Vielleicht wirds auch nix mehr. Vielleicht sind ja auch einfach alle drei sofort tot. Ach komm, der 1 überlebt. Als ob. Das finde ich sch... Das ist schon okay. Oh, lol. Das ist schon okay. Oh, lol. Ja, eine überlebt. Nee. Eine doch nicht. Kann man testen hier. Ich hab die Schaden gar nicht gesehen. Hallo, eine neue Waffenkiste. Was haben wir denn hier drin? Kein Kommentar dazu. Ist das schlecht oder gut? Äh. Ist so ne Kleinigkeit. Aber die können wir mal feuern hier. Was kommt denn jetzt? Die Hühner? Äh. Hühner. Die Kühe? Nee. Bunkerbombe. Ach, Bunkerbombe. Bunkerbombe ist doof. Bunkerbombe. Ich denke mal am Bunker Backe. Was ist denn Bunker Backe? Guck dir die zwei Brüder da unten an. Hier, Joko und Klaas haben mal Ralf Möller verarscht. Der musste dann so ne Werbung machen. Ah. Für Bunker Backe. Oder kein äh. Schade. Hätt's cool gefunden, wenn der jetzt einfach zum Seil reingeschossen hätte. Wär richtig nice gewesen. Ich bin sehr gespannt, was der da vor hat. Wo willst du denn da hin? Na? Erstmal hat er jetzt nen Gang, den er vorher nicht hatte. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Gute Analyse. Danke. Call me Sherlock. Okay. Das ist das Problem an Analysen. Die sagen immer nur, dass was gerade passiert ist irgendwie. Alter, Dragon Ball. Der Marsch. Und äh, als die, also es war quasi, es war glaube ich Joko und Klaas um die Welt mit Bunkerbacke und äh, Ralf Möller musste sich quasi mit Kochsalzlösung äh, so Biberbacken spritzen lassen. Dass der quasi so aussah wie so ein Hamsterbacke. Und der sah sehr, sehr komisch aus. Jetzt kommen wir dann nein. Nein! War doch gar nicht so schlecht. Nein! Meine Waffenkiste! Wir haben auch ne gute Runde, tatsächlich. Nicht amazing! Bleiben geholt. Ich konnte jetzt leider Jays Ausführungen nicht hören, weil ich mich mega konzentriere nicht. Ja, der hat irgendwas von Hamsterbacken erzählt, Peter, keine Ahnung. Ich hätte dir nicht zugehört, wenn ich nicht angewiesen wäre. Ich hätte dir nicht zugehört, wenn ich nicht angewiesen wäre. Ich hätte dir nicht zugehört, wenn ich nicht angewiesen wäre. Ja, hast du Angst oder was vor mir, Peter, dass ich dir da gleich was oben reinlege, ein paar Eier oder was? Ach so. Mit großem Abstand. Ja, mach den Weg. Also, Bravo weiß aber nicht beide. Tschüss. Oh, der war mal lustig, ey. Dann will ich wahr sein. Weißt ja, wie grad ist mit Rache, ne? Der hat dich nicht mal getroffen. Ich hab dir gar keinen Spaß gemacht. Ja, er wollte mich aber töten. Quatsch, ich wollte einfach nur gucken, wie ich... Wenn du sagst, müsstest du dich selber killen, weil du bist dein größter Feind bisher. Das stimmt. Okay, pass auf. Und, Bravo. Mal folgendes. Kann nicht wahr sein, ey. So, wir treffen ihn jetzt einfach genau hinter Jay. Ja, du hast zumindest getroffen. Ah, das ist ganz schön stark von mir. Dann hat der Junge auch noch so ein Lügelkreuze. Ich hab Luck, Alter, ich hab meinen Wurm runtergeschossen. In den Tod. Hab ich überhaupt schon Damage gemacht? Ich hab glaube ich alles hier... Ja, das war unfair. War schon Damage gemacht. Ja, das ist ganz schön nice, dass der jetzt am Weg steht. Was kommt denn jetzt? Der hat... Der hat... Der hat... Teleport, ja? Ich dachte gerade, er stellt beide Würmer da unten hin, weil er hier Armageddon hat oder so. Ah... Dann wäre natürlich... Hat da Angst, ne? Da würde Peter aber auch Glück haben. Ich hab kurz Angst gehabt tatsächlich. Surprise! Okay, Peter übernimmt die Aufgabe jetzt. Gucken wir mal. Jetzt lass den doch mal ein Leben da. Mal gucken. Das ist jetzt Versuch Nummer 3, glaube ich. Schieß auf den da oben. Ja, genau. Geh auf den oben. Äh... Hä? Okay, das würde aber... Richtiger Move. Das würde dann richtig krass... Hey! Richtiger Move. Ja, was hast du denn gedacht? Ich dachte, der wirft jetzt nach links. Ja, hat er doch auch. Ich traue nie einem... Äh, nach rechts. Ach so. Mit deinem Wasser? Der ist gleich eh weg. Das ist richtig. Der ist gleich eh weg. Der ist gleich eh weg. Frech und ich kann doch nicht mal hier irgendwie jetzt großartig was machen. Wann ist das dein letzter geworden? Der vorletzte. Na ne, wait. Ist Christian gerade dran? Ah ja, Christian. Nö. Faff, waff, waff. Das ist ja das Spiel der verwirrten hier. Oh, die macht eigentlich nicht bouncy bouncy, oder? Okay, ich traf keinen. Wahnsinn. Doch, 10 Schaden. LOL! Boah, Nummer 8 Schaden. 18 Schaden für Jack. Das ist doch lächerlich. Mann! Boah, und? Gucken wir mal, ob wir den da hinten treffen. Das ist aber ein krasser Wurf. Jetzt ist das Ding weg. Hui! Ein Rundes Leiden! Alter, der 75er wär fast weg gewesen. Eine Runde Sliden! Ja, wer glaub ich hab diese Runde... Ich glaub dem Legend noch keinen Damage gemacht. Was willst du denn immer mit ihm da unten... Ich muss den ja retten! Spring! Ja, okay. Also, mal gucken. Einfach nach rechts laufen. Oh, scheiße. LOL! Oh, scheiße! Oh, der hat aber keine Zeit mehr. Oh, fuck me! Okay, der war stark. Unlucky! Unlucky! Oh! Nein! Unlucky... Leider Unlucky geschadet. Die haben Unlucky Schaden gemacht. Unlucky geschadet. Aber dafür war der Zingen ziemlich nice, was ich gerade bekommen hab. Okay. Im Endgame gut werden. Peter, ich würd nicht zu weit weg gehen. Weil direkt mal wieder zurückspringen... Das können wir doch auch! Äh... Das würde aber nicht viel Damage machen, oder? Oh mein Gott! Hä? ÄH! WHAT?! Weil du dir selber Schaden gemacht hast vielleicht? Aber ne, weil die war doch auch nicht so. Der hat zwar selber Damage gemacht. Alter, jetzt fühl ich mich betrogen. Ja, Alter, warum stehen eigentlich deine Würmer beides so aufeinander? Ja, voll... Pass auf, langsam hab ich die Schnurrze voll... Und weißt du, wer dir den Dynamit gerade drauf geschüttet hat, Christian? Ja, weiß ich. Ja? Ja. Vorkomm rechts. Nein! Jay gewinnt das hier. Wobei mittlerweile, glaube ich, Romm gewinnt. Einmal mal gucken. Bleibt wieder liegen. Jay wird dich so hart backstammen, Christian. Das wirst du bereuen. Oh, nee, sie bleibt nicht perfekt. Schöner Wurf. Reicht es? Okay, ich habe die Chance, Damage zu machen. Die hast du jede Runde. Boom! Wow! Wow! Der war ordentlich. Alter, waaah! Mittlerweile sieht es bei Jay gar nicht mehr so gut aus. Das sieht... Nee! Wir müssen hier immer gegen Bram machen. Ich glaube, mein 55er macht leider den Abgang. Na, auf dir ist noch Peter dran. Auf mich musst du, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Ja, ich weiß. Ja, das heißt, er kann auf mich gehen. Das finde ich jetzt aber belastend. Hey, ich glaube, du musst langsam mal Bram da oben drunterschießen. Peter sieht auch nicht mehr, der hat noch 7 und 11 Leben. Aber ich sehe auch, ehrlich gesagt, wie ich die Jay, den da jetzt runterkriegen will. 6, 2... Jay rasiert sich jetzt Peter. Was hat denn Jay gehabt, wo er meinte, geh mal nicht so weit weg? Das ist ja auch nicht. Das muss ich, äh, zum richtigen Zeitpunkt hin. Hättest du Peter getötet? Meine Würmer stehen gerade nicht allzu gut, sag ich mal. Das stimmt, Christian. Ja, wenn der Peter gekillt hätte, wäre ich jetzt dran, dann hätte der 55er sogar überlebt. Aber auch nur so millimeterweise. Das war nicht meine Absicht. Meine Absicht ist es nicht mehr, gegen die armen Schweine da unten zu spielen. Ich glaube, mein... Nee, Jay ist ein neuner, wird da gleich ein mächtiges Butterboom-Loch reinmachen. Aha. Und ich weiß, welche 70 da weggespült wird. Wenn sie denn überhaupt bis dahin noch da steht. Oh. Boah, war das knapp. Das gefällt mir alles nicht. Gift. Ach. Äh, das hätte schlimmer laufen können. Ja, das hätte schlimmer laufen können. Hab Schaden gemacht, alles gut. Runde nur zu... 40 Prozent verkackt. So. Gucken wir mal. Fällt mir nicht. Oh, komm schon. Jawohl. Alter. Oh, der war nicht leicht gelassen. Alter. Ich hab doch noch eins. Bin ich tot. Wie soll ich denn das überleben? Das ist jetzt kacke. Das ist alles richtig scheiße. Alter, nur weil ich Peter nicht gekillt gekriegt, hab ich letzter. Oh, der hat ja noch den 126er. Oh, wie meinte ich. Du hattest ja die Wahl, entweder den da unten zu fällen oder nicht. Ach so. Ach so. Moment, okay. Nope. Ja. Ja. Da hab ich zum Glück immerhin zweiter schon. Ja, das ist auch die Schläge. Mama, Mama, gar nix. Mama, Mama, gar nix. Ja, da unten. Ich kam halt da nicht mehr weg. Das ist halt nicht geschehen. Okay, Peter. Jetzt bist du da unten. Was machst du? Okay, dann ist es leider nichts so Gutes gewesen. Okay. Ich kann ja von hier aus... Ich kann ja nichts machen. Du kannst doch mal schnell buddeln und dann auf die Banane hoffen. Ja, ja, genau. Das ist genau mein Plan. Oh, das war falsch. Oh, du hast den Flammenwerfer benutzt. Oh, mein Gott. Ey, jedes Mal die letzten Runden, als würden wir das... Oh, da muss was Gutes an. Das ist nur scheiße. Ich glaube, jetzt reicht das von der Runde nicht mehr, dass du da durchbuddelst. Ja, ich glaube auch. Das ist ein bisschen problematisch. Oh, du hast mir eine Maske aufziehen. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Keiner hat irgendwas Branden da oben getan, ey. Hey, das stimmt nicht, ja? Ich glaube ganz ehrlich, du kommst da auch nicht vernünftig weg mit Movement und so. Ich... Mach einfach hier den Hüpfen. Ich lasse dir die Chance da, dich nicht anzugreifen mit einer Banane. Vielleicht kommst du da irgendwie weg? Ja, vielleicht gewinnst du dich ja noch. Ich will spüren, was dein Plan jetzt ist. Jeder hat Münzen, der kann sich teleportieren. Ja, aber dann sterbe ich nicht. Hast du jetzt halt? Ich schnauze. Das hat ja nur... Das hat ja nur schon gut geklappt. Ich muss ja nur so weit kommen, dass ich den, dass ich den, äh, bewerfen kann. Ja, das heißt, du musst noch einmal. Du hättest vorher mit der Bazooka oben ein Loch reinmachen müssen. Ja, aber dann ist die Runde für ihn ja vorbei. Dann kann ich nicht mehr planen. Ich weiß. Er hätte ein Loch reinmachen müssen. Komm, Fehler. Du kriegst den Freeshot. Okay, whatever. Ich lass ihn dir. Okay. Wie soll er da denn nochmal einen Freeshot drücken? Ach, guck mal, der kommt da sogar noch hoch. Jetzt kann er werfen. Jetzt kannst du werfen. Alter, wie ich da durchbacke. Das wäre jetzt gewesen, wenn du einfach durchbacke anfährst. Okay, du kriegst den Freeshot. Vielleicht gewinnst du jetzt. Aber die sind so weit aus der Wand. Die muss aber echt super auseinander gehen. Also die darf in der Mitte erst explodieren. Oh mein Gott. Okay, den hast du erwischt. Und der haut den jetzt runter. Der schießt den weg. Der haut den runter. Nee, das war zu wenig. Das war zu wenig. Der war eigentlich gar nicht ganz so scheiße. War nochmal spannend. Jetzt kommt die Banane vom Brambo. Und Brambo, spring doch nochmal. Nee, erstmal, glaub ich, geht's hier rüber. Ach, das ist doch belastend. Ja, okay. Leertaste gibt Superboost. Das ist doch Peter gewittert noch. Boah, Wobbs ist immer so bescheuert. Das ist unglaublich. Ja, wirklich. Ja, war eine schöne Runde. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Untertitelung des ZDF, 2020